Ja, jetzt haben sie auf Mörser Sie können nun auch Mörser auf große Entfernung abfeuern Halten sie die Kugel drückt, um Mörser Zielmodus zu aktivieren Und bewegen sie die Maus zum Ziel Drücken sie Ne, linke Maustaste, um zu schießen Fortsetzen Manövrierunfähiges Schiff Wenn ein Schiff brennt, ist es manövrierunfähig Sie können dann entweder nahe heran Und es drücken, um es zu entern Und versuchen die gesamte Fracht zu blindern Es beschießen Und versenken, um die Hälfte der Fracht zu erbeuten So 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 Jetzt wird geentert Benutze ich mal die Kanone Wartet kurz Ich muss sagen, ich komme heute dazu Die Fluss aufzunehmen Na gut Ich hab ansehen Wenn ich dann rüberkomme Wieder mit dir Das ist unser Schiff Ich bin Captain Hornigal Und das ist meine Crew Wir sind Seeleute wie ihr Auch wenn wir andere Ziele verfolgen Denn wir haben vor, euch allen Besitz zu nehmen Doch keinem der Männer soll irgendetwas geschehen Solange sie sich nicht Ist das klar? Spricht jemand Englisch? Ingläs? Ein wenig Sagt den Männern, dass wir eure Frachtrauben Und keinem etwas antun Solange sie so stillhalten wie eine Sandbank Ist das klar? Ich verstehe nicht Verdammt doch mal Bärt sie in den Frachtraum Und nehmt alles mit, was zu holen ist Der eine läuft die ganze Zeit mit dieser Kiste durch die Gegend Das gute Aldi Wasser Ne, Aldi gibt es ja gar nichts im Kisten Im Kisten Ah Jackdaw Reparieren Ja, genau Geht ihr etwas warm? Wer ist Engl? Wer ist Engl? Es ist ein komisches Gefühl, wenn so viel geraubter Fracht an Bord zu sehen Wir will nicht ran Wir müssen noch ein paar Priesen holen, um den Tag profitabel zu machen Und dann singen wir eigentlich die ganze Zeit Und dann singen wir eigentlich die ganze Zeit Oh genau Feuer! Boah, was war das denn? So jetzt kapern wir das Stück Rieheh! Und die Latraffler! Jetzt wird mir schön Äh, ja klar Ich muss eine Anzahl der Co-Mitglieder töten So, das ist unser Film Oh, das ist unser Film Checktor reparieren Warum schießt du? Das hatte keinen Sinn Ich bin ein guter Fang heute, Cam Wink Ein halbes Nutzend mehr davon Du hast Geheingehaut Lass uns die Ladung verkaufen Checktor mit ein paar Dingen verbessern Nach einem Jahr Ich suche eine, um für mein Leben auszuschauen Dann bin ich König der Karriere Wir kamen nach Nassau, weil wir Könige eigen sind Jetzt nur noch Ich werde aber ein Mann mit Vermögen und Würde sein Mein Gott, vergiss dem Traum, Knabe Nassau ist nun deine Heimat Nicht England Räumst du nicht vom großen Schwerfer? Ein Schiff so voll Gold und Silber, dass du dich zur Ruhe setzen kannst, ah? Doch, das ist nur ein Traum Jeder hofft ein Dutzend herrenlose Truhen voll Gold zu finden Doch die sind so rar wie ein ehrlicher König Doch die sind so rar wie ein ehrlicher König Also wir wollen eigentlich Wohlhabend werden und König der Karriere Also ihr dürft mich ab jetzt mit Zaya ab Oh, da ist jemand im Seenode Retten Das ist gebracht, genau Ich weiß nicht genau was das gebracht hat Dass ich jetzt ihr Der Den gerettet hat Aber wir hoffen Also, nur Um Annette zu sein Na Und wo sehen wir jetzt eigentlich hin? Das ist jetzt nicht mehr Nassau, ne? Ja, ich konnte irgendwie Ich will die ganze Zeit Gas geben Aber das ist natürlich unnötig Und es ruckelt Und es ruckelt Das heißt, die Aufnahme kapaziert ist zu Ende Also, schöne Grüße Noch eine fröhliche Weihnachten Und so Und so